Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu South Park, die Bushaltestelle. Genau, jetzt erinnere ich mich. Wir müssen... Tschüss. Wir müssen an den Sechsklässern zurück vorbei. Wir müssen jetzt sogar... Was? Wir müssen jetzt gerade zu Karten zurück. Mal kurz die Minikarte beobachten. Genau, wir haben jetzt gerade die Nebenquest offen. Kehre zum Kuhn. Ne, die Hauptquest. Kehre zum Kuhn versteckt zurück. Und wir können ja jetzt mit Böllern werfen. Worauf war das denn jetzt? Ne, darauf können wir kurzen. Ah, okay. Ah, darauf Böllern wir. Alles klar. War ich nicht. Äh... Wir können aber nicht mit der... Okay, hier ist das Kuhnversteck. Alles klar, rein da. Können wir hier eigentlich ein bisschen aufräumen? Okay, nein. Äh. Äh, Moment, müssen wir das neu ergeben. Dich, Mom. Mhm. Äh. Ah, da bist du ja, Wunderarsch. Superheld sein ist schwerer, als du dachtest, hä? Ist schon okay. Du stellst dich zwar beschissen an, aber ich hab Mitleid mit dir. Weil dein Dad deine Mom gefickt hat, als du klein warst. Komm mit. Ich erzähl dir was über Artefakte. Die meisten Helden verstärken ihre Fähigkeiten durch spezielle Ausrüstung. Siehst du das? Das ist ein stärker Artefakt. Äh, 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 äh. Der Witz ist, sie in deine Artefaktslots zu stecken. Na los, probier's aus. Okay, drücke auf dem Smartphone. So, dann Artefakte ist ein neuer Slot, den wir jetzt haben. Jedes Artefakt kann nur an eine bestimmte Körperstelle gesteckt werden. Nimm das hier, um deine Stärke zu erhöhen. Drücke X, um den Artefaktplatz zu bearbeiten. Alles klar. Drücke X, um, was haben wir denn da? Mh, das ist ein Junior Kuhn, äh, Friend Giro. Also ein Fehlschildspinner mit 15 Stärke plus. Sehr gut. So. Es verbindet sich mit deiner DNA und ist kurz unangenehm. Du wirst viele Artefakte finden auf deinen Superhelden-Abenteuern. Kannst auch selber welche basteln. Denk dran. Macht bedeutet geile Mädels und Kohle. Du solltest diese Sechsklässler jetzt schaffen. Mach sie fertig, Arschlott. So, Adfakt-Sammler 1 von 25. Sollen wir hier nochmal gegenhauen? Kacke, hör auf! Ey, du sollst nicht damit rumspielen. Okay, ich muss mich ja erstmal eben kurz ein wenig umschauen. Ähm, im Grunde gibt's... Jetzt zum Superhelden, zack, zack! Im Grunde gibt's hier unten nichts mehr wirklich was zu tun. Also gehen wir jetzt direkt die Sechsklässler verprügeln. Die Artefakte sind ein wichtiger Teil deiner Power, Kumpel. Am besten stimmst du die Artefakte auf die Kräfte ab, die du im Kampf verwendest. Bis zum nächsten Tipp. Okay, wir haben Tauli freigeschaltet. Ich weiß nicht, ob dieses Tauli hier zu die Tipps-Taulis dazu, äh, zum Freischaltcode gehört, den wir bekommen haben. Ich lese mal kurz eben, was Jimmy zu sagen hat. Jimmy? Hallo? Äh, Kunstwerkabend? Oh, fantastische Neuigkeiten. Das Schnellreisesystem läuft. Zoom. Okay, und wo ist das Schnellreisesystem? Wo finden wir das? Gehen wir einfach mal raus. Oh, hier ist das Schnellreisesystem. Schnellreise freigeschaltet. Cardmans aus. Hey, dies ist deine erste Schnellreisestation. Such weitere. Die werden dir das Leben erleichtern. Okay, wir können dann, wie es damals mit dem Timmy-Express war, einfach dazwischen den Stationen hin und herreißen. Nun scheint aber Jimmy die Aufgabe genommen zu haben. Sollen wir mal kurz hier reinschauen. Hier gab's ja... Da, das wollte ich machen. Ähm. Das hat's natürlich vollgebracht, dass die Leiter jetzt runtergekommen ist. Okay, alles klar. Hier, Miezi. Komm, Miezi, Miezi, Miezi. Wirf einfach einen Stein. Nein, nicht auf den Stein schmeißen. Was ist das denn hier? Wirf doch stattdessen einen Böller. Besiege die Sechsklässler. Ähm. Und wir haben Superquake und Humankind dabei. Wollen wir uns wirklich mit den Sechsklässlern anlegen? Keine Gnade, Leute! Hübsche Outfits, Trottel! Zeig uns, was du drauf hast! Äh, casual Helden haben einen Vorteil. Heroisch, Helden und Gegner sind gleich stark. Super-Hörner haben einen Vorteil. Wir spielen einfach, ähm... Tja, keine Ahnung. Wir lassen es so ruhig, einfach. Im Pausenmenü kannst du jederzeit nicht Schwierigkeitsgratis kämpfen. Äh, anpassen. So, wir können es nach vorne wagen. Oder wir machen... Wir machen das so. Na toll, ist der besoffen, oder was? Für Viertklässler seid ihr echt zähe Brocken. Ha! Gah! Ha! Lass dich da von deinem Freund massieren. Bleh! Was ist denn bei denen los? Die haben zu viel getrunken. Und er brennt. Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut? Vollmachen! Ich bin drin! Okay! Okay, ich sollte... Na toll, ich kann da nicht fast den Weg gehen. Ähm... Warum ist der da hinten schon fast down? Können wir den unterbrechen irgendwie? Egal, wir versuchen es mal. Quecksbroklare Kraft erlaubt es ihnen, Schaden umzulenken. Okay. Gut, dass wir das jetzt wissen. Äh... Teils ansehen. Dann nehmen wir uns den Schaden ab. Okay. Ein Charakter, der blockt, nimmt nur Schaden, wenn er zurückgestoßen wird. Oder der in Angriff zu viel Schaden anrichtet. Dass er den Block durchbricht. Ähm... Das ist dann das Dreieck. Du kriegst Blockkräfte aus, indem du Dreieck drückst. Und... Okay. Dann blocken wir mal. Ist ja witzig. Der kann sich echt schilden. Dann hauen wir mal rein. Der ist ja eh... Jetzt ist der hier down gleich. Naja, noch nicht so wirklich. Aber damit können wir den nach da schleudern. Alles klar. Dann nutzen wir das. Trophäe erhalten. Großer Rückstoß. Oh. Ich habe zur Zeit einen Haufen Stress. Den werde ich an dir abbauen. Scheiße für dich. Wir Cluster versohlen. Geile Sache. Oh. Das hat mal richtig Bock gemacht. Ähm... Wir sind ein wenig tot. Ich bin... So, du kannst ausgeschaltet die Mitglieder mithilfe von Gegenständen wiederbeleben. Okay. Wenn alle den Helden kampfunfähig sind, verlierst du den Kampf. Natürlich. Game over dann. Okay. Mit der Taste. Okay. Äh... Mal schauen. Was haben wir denn? Borito. Ich wüsste gerne... Wiederbelebungsserum. Okay. Stürmer mit X1 auswählen. Alles klar. Wenn du die Gegenstände ausgewählt hast, wähle ein Ziel. Äh... Kann ich das nicht von hier nutzen? Von hier vielleicht? Und nun flieg, flieg! Oh, kannst du ja gar nicht! Angewidert. Stepp uns nicht weg, naja! Ähm... Was haben wir denn noch für Schläge, die wir... Das sollte alle drei treffen. Das ist sehr gut. Ähm... Pinkelt der da immer noch in seine scheiß Flasche rein? Okay. Was haben wir denn für Schläge? Na, das sieht gut aus. Mist, er hat seine... Gleich riecht's hier verbrannt! Wasserbombe aktiv. Äh... Schaffen wir den? Wir würden ihn schaffen damit, wenn wir genau treffen. Oh ja, wir haben Sechsklässler besiegt. Armageddonblatt. Ein Artefakt. Sah so aus, als wäre das für mehr Leben. So. Fünf Sechsklässler haben wir schon besiegt. Das ist schon mal... Okay, das war ziemlich cool. Geile Teamarbeit! Okay, geile Aktion! Warte nur, bis sich rumspricht, dass wir vier Sechsklässler verprügelt haben. Das fördert das Franchise. Obwohl dich jetzt natürlich alle Sechsklässler im Visier haben. Das waren Fehlern. Ziemlich dumm. Okay, jetzt besorg uns noch mehr Follower. Ja gut, dann haben wir damit hier den Weg nach oben freigeschaltet. Wie schaut's eigentlich aus mit unserem Leben? Können wir uns irgendwie heilen? Das ist wie damals bei jedem Kampf immer neu. Hallo. Hallo. Ich, äh, brauche ein Selfie. Hallo. Also, hör! Na gut, dann nicht. Mal schauen. Tom's Rhino-Plastik. Wie damals immer noch so. Auch für die neue Nase sieht besser aus als die alte. Tja, wenn du wüsstest, wofür wir alles Panzertape benutzen. Oh, Wangenknochen. Okay, hier können wir ein bisschen Outfit kaufen. Das Klebeband, Kleber, Komponenten, Schrott und so weiter und so weiter. Ich muss aber sowieso schauen, was wir kaufen sollten und was wir verkaufen sollten. Schallfäkalisator. Steamy Wave Home. Das ist die Twin Wave-Platte von Randy. Okay, ciao! Ich wusste es. Ein Barbra Streisand-Foto. Und da wieder ein Jaui-Foto von Treek und Craig. Die werden wir wohl überall hier finden, aber da kommen wir nicht dran. Wir sollen noch welche für Craigs Vater sammeln, oder? Aha. Das nehmen wir mit. So. Dann sammeln wir weiter. Kann ich hier sonst noch irgendwas abfackeln, abwerfen? Ne. Und ein abgetriebener Fötus. Abgesprengter Ebola-Penis? Was? 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 Nächstes Mal bringe ich meine eigenen Zeitschriften mit. Juckt es hier drin, oder ist das nur mein Gesicht? Okay, hier gibt's nix. Wir können rausgehen, dann suchen wir mal in anderen Häusern weiter. Wir brauchen immer noch Follower. Du hast bei Kryptonit nichts angegeben. Bist du unbesiegbar? Das geht nicht. Laut den Regeln brauchst du eine Schwäche. Such Mosquito, der hilft dir. Ich übertrag den Rest auf deine Karte. Es ist Zeit für ein paar Helden-Missionen, um deinen Charakterbogen auszufüllen. Geht zur Schule, trifft Vater Maxi und nützt die Gasse. Okay, da haben wir einiges zu tun. Schnellreise freigeschaltet. Ein Fastpass. Gefahrenwahlung. Das Schnellreisesystem ist voll für... Ist bereit. Mit weiteren Stationen kannst du dein Netzwerk erweitern. Bei Schwierigkeiten kommt Blitzfreak vorbei. Bis dann. Das ist nice. Gerade Jimmy, der sowieso eigentlich ziemlich lahm ist. Blitzfreak. Ähm, der da hat sein Handy in der Hand. Ups, Entschuldigung, ich habe ihre Einkäufe umgeschmissen. Äh, hallo, ich... Könnten Sie bitte mit mir reden? Hallo. Geht das auch leiser? Ja, ja, geht. Ähm. Ich vermisse die Zeit, als Filme noch in 2D waren. D-Mobile. Dann schauen wir mal in D-Mobile vorbei. Möchtest du einen neuen Vertrag mit bis zu 5 GB Datenvolumen pro Monat? Ähm, nein, danke. Habe ich schon. Ich habe neues Zubehör. Warum verkaufen all dieses Schallficklisator? Machtänderungen. Rückstoß-Komboschaden und so weiter. Äh, wir haben auch gerade mal 5 Dollar. Ich glaube, das sparen wir uns erstmal noch. Ein bisschen weiteres Outfit. Schau bald wieder rein. Nö, hier gibt's nix. Brauchen wir nicht. Hups. Ähm. Ich wollte eigentlich gar nicht in die finstere Gasse. Ein Drogenfläschchen. Sehr gut. Macaroni erhalten. Das ist... Alter, wo bin ich denn hier gelandet? Ich habe eine Katze gesehen. Kommst du da raus? Hm. Was war denn hier? Warum ist das hier geschlossen? War hier früher irgendeine Baustelle? Hm. Ich glaube, das war aus dem ersten Teil. Ich erinnere mich nur noch vage. Okay, da konnte ich aber aktuell nirgendwo hin. Jetzt müsste ich am Kino gleich vorbei. Sie haben 5 Sekunden. Äh. 5, 4, 3, 2, 1. Sie machen sich strafbar. Entfernen Sie sich vom Powerweed. Aber, aber. Ich will Powerweed. Hallo, Powerweed. Hallo. Au, au. Sag nein zu Drogen. Du bist tot. Drogen töten dich. Zurückwärts. Alles klar. Wissen wir Bescheid? Ja, ja. Ich bin weg. Tschö. Ciao. Jetzt gibt es doch nicht. Finger weg von Drogen. Du schießt Laserkanonen auf euch. Ähm. Da ist aber irgendwas im Busch. Da ist was im Busch. Oh nein. Member-Bären. Erinnerst du an die Member-Bären-Folge? Okay. Ich erinnere auch. Das ist das Raisins. Moskito muss da drin sein. Lass dich nur nicht von den scharfen Wings und Bräuten ablenken. Und scheiße, das ist das Raisins. Hier war doch damals... Ich muss mich kurz mal einmal umgucken. Und wir haben ja sowieso noch die anderen beiden. Boah. Ihr Schweine. Ähm. Okay. Wir können quasi eigentlich nur zu den Raisins gehen aktuell. Oder uns halt wieder den ganzen Weg zurückschleichen. Also ab zum Moskito. Hi und willkommen im Raisins. Nur eine Person? Dann komm mal mit, Süßi. Ähm. Wo ist sie denn hin? Hier, Schnucki. Ah. Äh, du. Foto. Äh, Foto. Ich mach nur Selfies mit Assassinen. Da sch- Hier, Schnucki. Mit Assassinen, okay. Eins von unseren Raisins Girls kommt gleich. Ist der nicht total süß? Er verdrückt jedenfalls eine Menge Wings. Ja, und dann bin ich durch die Luft gesaust und hab die Bösen vermöbelt. Wow. Ich wusste nicht, dass Moskitos so tough sind. Tja, schon mal was vom Sika-Virus gehört? Noch eine Lade Wings, Süßi? Klar, schreibt alles auf meinen Deckel. Voll großzügig. Verschwinde, das sind meine Frauen. Welcher Superhelden bist du? Super, warte. Oh mein Gott, die Mission, meine Superhelden-Kollegen. Ich hab das komplett vergessen. Weg von mir, Verführerinnen. Moskito weiß genau, was ihr hier versucht. Äh, was soll das denn heißen? Die Raisins Girls sind Moskitos Kryptonit. Du musst mich hier rausholen. Okay, hier hast du die Rechnung. Aha, von wegen. Ihr wolltet mich verführen, das zahle ich nicht. Du musst Trinkgeld geben, Wichskopf. Kampflos werden die uns nicht gehen lassen. Dann mal los. Äh, super. Jetzt kämpfen wir gegen die Raisins Girls. Äh, Plan ändern. Dann kämpfen wir. Es ist ein großer Fehler, sich mit Kuhnen and Friends anzulegen. Bestellt, ihr Süßen. Bezaubert. Willkommen im Team. Dich müssen wir komplett umstylen. Prügeln wir mit dem Moskito wieder Verstand ein? Wirklich, Jungs, die Wings sind echt gut. Ihr seid nur neidisch auf unser junges Glück. Na, super. Moskito ist bezaubert. Benutzt den Untersuchungsmodus, um mehr darüber zu erfahren. Details ansehen. Die Portion Wings klingt tatsächlich gut. Okay, Untersuchungsmodus. Dann schauen wir mal. Was hat der so? Ähm, alles klar. So, hier können wir ein bisschen was über die Effekte erfahren. Greif deine Verbündete alt und verstärk deinen Gegner einzug verbleibend. Okay, er ist aktuell bezaubert und das heißt, wir können nicht auf ihn zählen. Oh, wir haben Blitzflieg dabei. Wir könnten ja Moskitos umbringen. Äh, Moskito umbringen. Das ist ein Sinn und Zweck der Sache. Mal kurz schauen. Ähm, was haben wir denn so? Transporter, tauschplätze mit einem Verbündeten und heilt ihn. Okay. Das ist cool. Heilung in 0,30 Sekunden, also geh zurück. Das war sinnfrei. Ich wollte eigentlich zurück. Hau rein, neuer. Äh, na gut. Dann hauen wir mal rein. Ah, toll. So treffe ich die nicht. So treffe ich nur die beiden. Komme ich so weit? Ich komme so weit. Ich kann hier stehen bleiben. Das gibt garantiert eine Narbe. Ich zeige euch mal, wie das Double Whammy in unsere Double Whammy Wings kommt. Oh mein Gott, mein Nagellack ist abgesplittert. Alles okay, Supercrack? Klar, mir geht's super. Ich vermöbel dich wie meine Mama, meine Daddy, Schnucki. Oh. Ich kann... Ich kann es zurückschlagen. Wie schaut es denn aus? Was haben wir denn für Schläge? Ähm, irgendwie zum Unterbrechen. Was macht mir Schaden? Das oder das? Im Grunde das hier, ne? Ach, jetzt komme ich nicht an die ran. Okay. Erledigen wir das oder was? Hm. Megafortschlag! Beeindruckend für ein Physiknormalo. Alles in Ordnung? Super! Schiekeinfekt! Lass mein Schatz in Ruhe! Splitsfreak zischt los! Es wird langsam Zeit zu heilen. Was haben wir noch? Also wir haben einen Schlag, wir haben noch einen Schlag und wir haben Heilerfähigkeiten. Okay, dann würde ich die wenigstens außer Gefecht setzen. Das setzt die komplett außer Gefecht. Hm. Ja, eins abbrechen. Nochmal gucken. Ich liebe eure Kostüme. Ich hätte auch mal so ein Kostüm. Aber oben war es eher ein Babydolltop mit gerafften Schultern. Und dazu super süße Leggings. Ach cool, Jimmy ist danach unsichtbar. Wie, Hammer? Äh. Und die ist abgehauen? Ähm. So nicht. Samstag stelle ich am liebsten den ganzen Tag mit der fetten Blutkonserve. Darauf trinke ich. Hey ihr Süßen, ich hoffe ihr habt Spaß. Oder auch nicht. Ist mir eigentlich egal. Ich vergesse mal zu drücken, Entschuldigung. So. Ihr wollt was auf den Arsch? Die Bestellung zieh ich gerne vor. Oh, jetzt sind sie zu dritt da. Ach so, Moment. Nein, das wollen wir nicht. Hm. Ach Mist. Quake ist bezaubert. Ich gant mir ein bisschen Blut. So, mal gucken. Was hat ein Moskito für Fälligkeiten? Es saugt ein Gegner aus und verursacht Lebensraub. Erzeugt Ekel und befändende Nähe und verstärkt deine Angriffe. Mord im Vorbeiflug durch Lebensraub. Okay, mal gucken. Schaden. Viel mehr Schaden. Na toll. Wir schlagen damit Quake auch. Das ist ein bisschen dumm. Ich hab gar nicht getroffen. Wir machen es mal wie folgend. Wir wechseln jetzt wirklich. Oh, wir können. Verdammt, wir können nur mit Moskito wechseln. Ähm. Das gibt's noch nicht. Ich kann ja den überhaupt nicht. Treff ich den? Ah, so treff ich. Okay. Du hast fliegen zwischen den Zähnen. Lass nächstes mal lieber den Mund zu. So. Na toll. Ich komme an keines. Äh, doch, da komme ich dran. Na gut, dann haben wir eben kurz die weg. Ich komme an. Ja. Ja. Kamerad am Boden. Mit mir stimmt was nicht, Leute. Mega-Faust-Schlag. Äh. Heulst du Hosen-Scheißer? Ach so. Dann. Na, jetzt muss ich meinen eigenen mit vergiften. Mein Saubgrüssel steht offen vor Erstaunen. Alter, Blödsinn. Und Glöck sich brennt. Du in Frieden, Kekun-Freund. Wie hier jemand postet jetzt ein Bild von mir auf Kunt. Ich wollte in den Limbo, aber jetzt ist es wohl zu spät. Du hast gewonnen. Sieg. Uiuiui, die armen Mädels. Vitalitäts-Gelch. Okay. Oh, Raisins-Rüppel. Okay. Anscheinend scheint es von jedem Charakter, ähm, halt eine generelle Gruppierung zu geben. So. Diese Mädchen sind mein Kryptonit. Du hast mich gerade noch gerettet. Ich steh tief in deiner Schuld, Arsch-Held. Was ist dein Kryptonit? Alter, jeder Superheld braucht etwas, wogegen er machtlos ist. Irgendwelche Phobien? Emotionale Traumata? Komm, es muss doch was geben. Ist schon okay, ich bin in deinem Team-Arsch, Kind. Mir könntest du's sagen. Zeig mir mal dein Charakterprofil. Hm. Okay. Sechsklässer. Raisins Girls. Chaos, Kind. Kinder, alte Leute. Das hier ist halt. Das ist eine wichtige Entscheidung, mit der man sein Leben lang lebt. Bis du's änderst. Hm. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, wenn wir alte Leute auswählen, dass irgendwann so ein richtig alter Bodybuilder auf uns zukommt und uns vermöbelt. Hm. Vampire, Krebsmenschen. Ich nehme's einfach mal einfach aus Prinzip. Alte Leute. Ja, alte Leute sind voll eklig mit ihren Falten und ihrer Weisheit. Okay. Machtquelle Arsch. Kryptonit. Alte Leute. Der Kryptonit ist offiziell notiert. Moskito macht ne Fliege. Ruf mich, wenn du mich brauchst. Kuhnfreund. Okay, Moskito ist freigeschaltet. So, du kannst im Verbündeten App dein Team bearbeiten. Das kann ich mir auch gleich angucken. So, ich kloppe jetzt hier mal ein bisschen rum und wir schauen, dass wir jetzt zur Schule kommen in der nächsten Folge. Hier ist aber wieder Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.